Die Sommersonnenwende ist eins von acht Jahreskreisfesten und es ist so ein richtig schönes Freudenfest. Ganz typisch sind auch natürlich die Sonnenwendfeuer und da schichtet man so ganz große Feuer auf Hügeln oder auf Bergen auf, sodass das Licht bis in alle Täler strahlt, denn das Feuer, das ist ein Symbol für die Sonnenkraft und es ist aber auch ein Freuden- und ein Dankesfeuer. Und früher glaubte man, dass das Feuer ein vom Himmel auf die Erde heruntergefallener Funken Sonnenglut ist, also dass das Feuer ursprünglich von den Göttern vom Himmel kommt. Und man glaubte auch, dass wie alle Naturkräfte es ein eigenständiges, lebendiges Wesen ist und man behandelte es mit Respekt. Und man opferte ihm verschiedene Hölzer oder auch verschiedene Pflanzen oder Strohpuppen, einfach um es zu besänftigen oder um es milde zu stimmen und auch um den Feuergeist zu nähren. Und das Feuer, das hat auch transformierende, segnende, reinigende, heilsame Kräfte und deshalb sprang man zum Beispiel früher auch übers Feuer, einfach um sich zum Beispiel vor Krankheiten zu schützen oder auch um Krankheiten von sich abzustreifen. Oder Liebespaare, die hielten sich an den Händen und sprangen dann gemeinsam übers Feuer, um ihre Verbindung einfach mit Liebe und mit Fruchtbarkeit zu stärken und zu segnen. Und die Sommersonnenwende ist ein Fest voller Lebensfreude, bei dem sich berauscht wird, bei dem gefeiert wurde und in vorchristlichen Zeiten am liebsten auch nackt, einfach um den vier Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer am nächsten zu sein. Und es ist wirklich eine Zeit der puren Lebenslust und der Fülle. Ich weiß nicht, ob es dir auch schon aufgefallen ist, aber ich habe oft das Gefühl, dass den Menschen heute die Lebenslust irgendwie abhanden gekommen ist. Und das, obwohl wir eigentlich so viel haben. Oft ist der Alltag nur noch auf Funktionieren ausgelegt und der Genuss und die Freude am Leben, die bleiben irgendwie auf der Strecke und dann fühlt man sich leer und irgendwie dumpf und stumpf und nichts macht so wirklich richtig Sinn. Ja, vielleicht kennst du das von dir selbst auch oder vielleicht hast du jemanden in deinem Umfeld, von dem du das kennst. Ich glaube, ein Grund dafür ist, dass bei vielen die Fähigkeit, sich zu wundern, verkümmert ist. Ja, wir leben in einer Welt, in der alles bis ins kleinste Detail auseinander gepflückt und untersucht wird. Und Unerklärbares ist es irgendwie schlecht zu ertragen. Und dann wird es entweder so lange auseinandergenommen, bis es irgendwo Sinn macht oder es wird einfach direkt für Spinnerei erklärt. Und die Dinge werden entmystifiziert. Es gibt offiziell irgendwie keinen Raum mehr, in dem die Dinge einfach so sein können, wie sie sind, ohne dass sie mit dem Verstand verstanden werden müssen. Und dadurch verkümmert natürlich die Fähigkeit, sich zu wundern und das Leben als das zu sehen, als was es eigentlich ist, nämlich etwas Wunderbares. Natürlich gibt es heute immer noch Menschen, die einen Sinn fürs Wundern haben. Ich habe das jetzt gerade so ein bisschen zugespitzt dargestellt. Aber unsere Gesellschaft an sich und die Gesellschaft wird ja aus uns Menschen geschaffen, die es generell sehr auf Technik und auf Verstand geeicht, ja ständig wird, daran gearbeitet, das Leben durch Maschinen zu erleichtern. Oder man erfindet neue Techniken, um Menschenkraft oder sogar auch den Menschenverstand durch Roboter zum Beispiel zu ersetzen. Und deshalb wundert es mich eigentlich auch gar nicht, dass es heute so viele Menschen gibt, denen die Lebenslust abhandengekommen ist und die sich irgendwie leer fühlen. Wie man die Lebenslust stärkt, ist wahrscheinlich ein ganz individueller Weg. Und der sieht wahrscheinlich auch nicht bei jedem gleich aus. Aber was gewiss ist und was gewiss hilft, ist, Zeit in der Natur zu verbringen und auch mal das Handy beiseite zu legen, mit den Augen zu schauen, statt mit der Kameralinse seine Sinne trainieren, Gräser anzufassen und genau hinzuspüren, wie fühlt sich das eigentlich genau an oder auch genau hinzuschauen, und wie sieht es eigentlich genau aus, daran zu riechen, vielleicht auch mal zu schmecken, sich Zeit dafür zu nehmen, immer und immer wieder. Oder auch mal mit dem Boden oder mit den Füßen in den Boden hineinfühlen oder die Sonne und den Regen ganz bewusst auf der Haut fühlen. Nicht immer gleich wissen wollen, wie eine Pflanze heißt oder wofür man sie nutzen kann, sondern der Pflanze auch mal erlauben, einfach nur existieren zu dürfen, ohne einen bestimmten Zweck erfüllen zu müssen. Oder auch in Sekten zu beobachten und zu merken, was sich da alles so vor meinen Füßen tummelt. Und dafür muss man übrigens gar nicht zwingend auf dem Land leben, sondern man kann die Natur natürlich auch in der Stadt finden. Zugegeben, für manch einen kann dieser Weg lang sein, vor allem auch, wenn man solche Sachen vielleicht noch nie zuvor im Leben gemacht hat und erst mal denkt, ist das für eine Spinnerei. Aber um wieder ins Fühlen und ins Erleben und ins Genießen zu kommen, muss die Aufmerksamkeit definitiv raus aus dem Kopf und rein in den Körper kommen. Anders geht das nicht. Antidepressiva sind in den allermeisten Fällen auf lange Sicht keine Alternative, wenn die Lebenslust eingemottet ist. Traditionell ist die Zeit um die Sommersonnenwende auch eine gute Zeit, um Kräuter zu sammeln. Besonders die Sonnenheilpflanzen haben jetzt Saison. Und auch für zum Beispiel Majoran sind diese warmen Wochen eine gute Zeit, um ihn jetzt zu ernten. Vielleicht kennst du Majoran vor allem als Küchenkraut, das einfach die Verdauung unterstützt. Oder du kennst ihn vielleicht auch als Hustenbalsam, der den Schleim löst. Aber Majoran ist auch wirklich sehr entspannend und er stärkt die Nerven. Und eine Art und Weise, den Majoran anzuwenden, wäre das Räuchern auf einem Räuchersieb. Und dazu sammelt man das blühende Kraut, dann trocknet man es und dann kann man es in ganz kleinen Mengen auf das Räuchersieb legen. Und es stärkt die Nerven. Das muntert auf, es erheilt die Stimmung. Und früher sagte man auch, es schützt vor bösen Geistern und vor Dämonen. Und heute würde man sagen, es schützt vor Krankheit und vor Depressionen. Wenn du mehr über die Sommersonnenwände und über Jahreskreisfeste entdecken möchtest und vor allem auch, wenn du wieder mehr im Rhythmus der Natur und vor allen Dingen auch in deinem eigenen, ureigenen Rhythmus finden möchtest, dann schau dir mal den Link an, den ich dir hier unter dieses Video verlinke. Der heißt Herzgold. Und das ist mein Live-Online-Kurs, bei dem wir uns zu jedem Jahreskreisfest auf Zoom treffen. Also achtmal im Jahr, ungefähr alle sechs Wochen. Und dann entdeckst du mehr über alte Bräuche, über Göttergeschichten und auch über Räucherpflanzen. Und du hast so ein bisschen Zeit, um runterzukommen, um dich wieder auf dich zu besinnen und um auch wieder mehr zu dir zu finden. Also schau dir gerne mal den Link an und guck, ob das was für dich ist. Ich freue mich, dich dort zu sehen und schicke dir ganz liebe Grüße. Bis bald.